Willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir setzen unsere Reise fort mit dem Kapitel Brücke. Klettere die Brücke hoch und finde den Übergang. Ah, okay. Munitions-Check. Ich denke, ich muss die jetzt noch nicht wechseln, die Gasmaske. So. Ja, was glaubst du, ich hab Angst vor dir? Ja, komm doch. Was, ich hab Angst? Glaubst du, ich hab Angst? Ich glaube, ich hab Angst vor. Ich glaube, ich hab Angst vor. Ja, gut, okay, dann tausch halt aus. Hier liegen so viel rum. Okay, geradeaus. Äh, da nicht. Ich sehe. Ich sehe. Hier, viele, viele, gut, dann machen wir alle platt. Kein Problem. Hallo, kommt her. Ja. Oh. Okay, I got the other horse. Okay. Oh, holy crap. Oh, das ist wieder so ein Schallvieh. Das ist als erstes Blattmachen. Das ging mir schon beim letzten Mal auf die Nerven. Irgendwie geht meine Munition viel schneller leer, als mir lieb ist. Die Menschen. Au. Wo bist du, du scheiß Vieh? Au. Au. Oh. Oh. Luftdruck. Scheiße. Das viel nervt. Ah, tja, nimm. Tausch die Gasmaske und verpiss dich hier. Und du nimmst jetzt die Würfe hier mit. Und ab, ab, ab we go. Wo ist denn das? W- Alter! Ich bin hier gerade am lesen. Nimm die Munition und geh einfach weiter. Woaah! Oh scheiße! Okay, I have to go. I- I- I fucking have no idea where I have to go. No. No, 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 no. We're gonna die. I'm gonna die. Au! Das Vieh macht mich aggressiv. Alter, Mann! Das Vieh nervt einfach nur noch. Ja, komm, kann ich gehen, bitte? Nimm das Ding doch! Scheiße Vieh. Was ist das? Was ist das? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ah-ha! You are leading the way. Er ist großartig, aber schlussend. Die Windmonds sind sehr schnell, aber ich arbeite. Die Windmonds sind sehr schnell, aber ich weiß nicht, dass die Windmonds sind. Manchmal sehe ich eine Tür. Niemand spricht für dich von dort. Warum? Die Windmonds sind sehr schnell, aber ich weiß nicht, dass die Windmonds sind. Wir kommen zur Polizei. Together. Komm, was kann. Der kleine Einzelne wollte nicht leben. Etwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht, was ich noch nicht verstehe. Aber ich bin glücklich, dass es ist, weil er sehr hilfreich ist. Straße für zwei. Erreiche die Police und berichte von deinen Erkenntnissen bezüglich der Roten. Alright. Und du hilfst mir, Kleiner, ja? Der Windmonds zieht auf. Was kann der Windmonds sind? Lass ihn dir vorsehen. Einmal schauen. Wir müssen uns ein bisschen ab. Das ist ein bisschen gestorben. Diesen Quadratmeter gehen. Wir müssen die Windmonds zu betragen. Wie geht es da? Leute, die Angst zu werden, aber nicht schrönen. Wer bist du? Wo ist deine Identifikation? Ich bin nicht fucking wrong. Das klingt gut für mich. Händler? Wo ist sie hin? Komm her, lass mich ein paar Ammo für dich. Yo, buddy! Diese sind die besten von dir. Das ist gut. Das ist gut. Komm mit Bison, diese sind die besten. Hier könnte ich Waffen kaufen. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich bis jetzt habe. Finde heraus, welche Pläne die Truppen der Roten Linie haben. Ja, Kammer Lieutenant. Move out, dann. Nothing here either. Clear. Nobody here. Die Mund ist ganz gut. Der피ke ist einzimitiert. Woher? Ich bin hier. Er ist hier hier. Look for him! We'll fail the mission if we don't find him! I don't think he's a bad guy. I don't think he's a bad guy. How much money is that? Okay, I got it. Okay. Sprecherpunkt wird ziemlich schlecht. Fände ich jetzt gut. Das ist ein Eintrag. Hallo, Sprecherpunkt. Oh, nice! Danke! Das ist ein Eintrag. Wow! Okay, das ist ja nicht so. Hey, buddy! Hey, buddy! Shhh! Hey! 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 Endstationer. I have to... Oh Gott! Ich laufe hier gerade einfach durch, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade... Oh shit! Habe ich gesehen. That's great, that's great! I'm dead, I'm so dead! Juuu! Okay. Ich habe nicht gesehen, dass ich blau leuchte. Das ist mir gerade erst aufgefallen, als er auf mich geschossen hat. Dass ich zu sehen war. Do I have to guide you ladies by the fucking hand? Tell me your orders! We're to infiltrate the depot and wait for a ranger with us. And then we kill the ranger and capture the deeps. So you sure remember? More people. Huh? No one must. Very rare. Very eager to kill. No sir! Screw up again. You'll be cleaning my boots the same way you kiss your mother. Alright. Gut, Leute. Da muss ich jetzt echt vorsichtig vorgehen. Es bringt nichts da, sich durchzuballern. Es sind einfach zu viele. Ich hab da keine Chance. Wenn wir mal sehen, wie viel ich ausschalten könnte... Wenn man hat jeder von denen einen Filter dabei... und hier brauchen wir anscheinend sehr viele sonst habe ich die zwei schon mal weg, da brauche ich jetzt keine Gedanken mehr mehr drüber machen hey Oh, hier gibt's was. Munition. Bitte dreht dich nicht um, 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 bitte dreht dich nicht um. Dankeschön. Ich habe eine Wahl. Sie sagen, die Supplystores. Was jemand anderes kommt, oder? Was ist das? Warum? So, was? Stores? Denn das ist genug für den ganzen Metro. Ammo, Arma, Arma, Arma. Was ist das? Was ist das? Wir sind hier auch für Kilmer, also für den Trigger Finger auf der Kalash. Super, bleibst du jetzt da stehen? Oder? Nee, okay. Bist du ruhig, Mann. Oh, super, der sieht nicht da. Tritt er sich um? Ich glaube nicht. Also dann, Buddy. Gute Nacht. Oh, lief ganz gut. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay. Okay. Kommt man hier durch? Es geht. Hier ist keiner. Da ist keiner, da ist keiner, okay. Gutes Nacht, klar. Um Himmels Willen. Pich, 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 pich. Der bewegt sich jetzt aber nicht, oder? Ich hoffe, du bist. Gut. Oh Gott. Was soll ich denn da durch? Pich, 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 pich. Ich habe irgendeinen Weg übersehen. Schnell machen. Ich habe jetzt zwar für 21 Minuten Filter, aber trotzdem. Wer weiß, wie viel ich noch finde. Das Einzige, was ich wirklich machen könnte, ist ihn K.O. schlagen, wenn der hochläuft und der da wegguckt. Mal schauen, ob das klappt. Das ist halt echt ein bisschen dumm, oder? Ja, okay. Ah, nee, du hast noch ein bisschen Zeit. Was gibt's denn hier? Ja, gut, das ist zum Verstecken anscheinend. Ich hab jetzt hier zumindest nix zum Anklicken. Ja, super, jetzt sind sie halt in der Alarmbereitschaft, ne? Hm, wie's aussieht, muss ich jetzt die Treppe holen. Yo, ha! Ow, 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 ow! I'm alive. You know him, and he knows you. Whoa, 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 what the? Nitsuki, alles gut hier? Ja, natürlich. Nichts ever passiert in T6. Das macht mich fragen, warum müssen wir aufhörteren? Perfekt, Nitsuki. Jetzt ist es Ihr turn, Comrade Morozov. Wir müssen testen diesen Virus, dass wir auf so einen Riesk erhalten haben. Ich glaube, Sie hatten einige... ...Asocates, sollten Sie für die Aufgabe gehen? Ja, Czesław Andreevich, aus Venice. Ihre Bandits denken, ich bin einer von ihnen, und wenn wir sie bezahlen... Spare mir die Details. Ich brauche nur die Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Comrade Lesnicki? Ja, Comrade General. Du hast einen von uns. Du hast einen Riesk. Du hast einen Riesk. Du glaubst, wir lassen dich einfach gehen? Wir sehen uns über das. Ich habe eine Trump-Karte. Du. Keine diameter von total anteri Nazis zurück. Wir sehen uns nicht zu uns, Comrade General. Interessant. But I'm too tired. I need to stop. He is very bad. You are right. Killing is worse. Attention all Stuckers in the city center. No hostilities. The red line is lost. Repeat. The red line is lost of all traffic. You are in red square entrance. Ja, ich hab ihn jetzt nicht getötet. Warum auch? Gut, ich muss jetzt den roten Platz erreichen. Hier lang. Ich muss jetzt den roten Platz erreichen. Ich bin nicht getötet. 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 Ich bin nicht getötetet. Ich bin nicht getötet. Was ist das jetzt? Sind das Geister? Wie soll ich schritte? Okay, hier gibt es einen Eintrag. Und wieder gehen wir über die Oberfläche. Hallo Moskau, eine Stadt der Gräber, eine Stadt der gefallenen Helden, eine Stadt, die ihrer Seele beraubt wurde. Sie ist nicht mehr meine Heimatstadt. Meine Heimatstadt gehört der Vergangenheit an. Aber es ist die Heimatstadt des kleinen Schwarzen. Wie seltsam. Wow. Das ist korrekt. My little friend. Total strange hier. Das wird jetzt eine Shotgun. Ich weiß nicht, ich glaube ich brauche die nicht mehr. Ich bleib bei den normalen Waffen. Shotgun ist zwar auch nicht schlecht, ja, und ich spiel gern mit einer Shotgun, aber... Na, ich behalte das Mönster. What the? Alter, was für ein Stadt, ey. Oh. oh So that's what it's called. Missiles. I'll remember this Okay, here I can't land Ah, yeah, but I'll come here too Where do I go? Where do I go? Oh, here we go Do not hurry. Try not to kill them. They are not ready now. They are going somewhere Okay I don't kill you Your responsibility Yeah, there's nothing in there We go up here by the ladder. Now I know the word. Yes. What is that? What is that? Leiter, Kleiner. Ja, da sieht alles gleich aus hier. Ja, bisschen ungünstig. Ja, bisschen ungünstig. Ich verstehe, dass er tot ist. Er ist noch wunderschön für seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Ich auch. Ich verstehe nicht, warum er zu mir hält, wenn ich doch der war, der damals den Befehl gegeben hat. Das ist eine komplette Familie, alle Artgenossen. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Oh, 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 was denn? Ich sehe hier gerade gar nichts, mir gefällt das nicht. Lass mich hier bitte wieder raus. Die Viecher machen mir Angst, wieso greifen die mich nicht an? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, okay. Roter Platz, das ist unsere nächste Mission und um diese kümmern wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.